Und hier stehen wir, genau wie eben, immer noch voreinander und suchen Captain Cheese. Ich muss schon sagen, das Spiel war früher mal ein richtig düsteres Spiel. Guck dir das doch mal an. Da ist er richtig düster, schon fast viel Sonnen. Da musst du einfach dein Licht anmachen. Wie war oben, ne? Und wenn du es jetzt umzwitschst, haben wir dann auch Licht. Hey, lass mal. Die sehen viel ungelenkiger aus. Ja, aber anders sieht es cool aus. Definitiv. Siehst du, hier ist schon noch Gefängnis. Oh, ja, eine Granate angeklickt. Oh, ohne Granate. Oh. Oh. Ich dachte, da liegt eine, die ich aufnehmen kann und die direkt vor euren Nase wegschnappen kann. Du darfst aber deine wieder aufheben. Ausnahmsweise dieses Mal. Oh. Wo ist der? Unsichtbar. Ja, aber. Na, macht man die hier mit auch sichtbar? So, das waren sie, oder? Ja. Ich glaube auch. Jetzt aber, Captain Cheese. Nur wieder die rechten. Ja, das ist wahrscheinlich automatisch. Die beiden sollten das besser wissen. Marines, Waffen laden und sichern. Marschbereitschaft herstellen. Ja, okay, Sir. Marschbereitschaft herstellen. Während die Allianz uns hier festgehalten hat, habe ich mitbekommen, wie sich die Waffen über die Ringwelt unterhalten haben. Sie nennen sie Halo. Die Ketten asynchron, sie haben recht. Der sieht doch aus wie so ein Käse. Der Ring von großer religiöser Bedeutung. Wenn ich das richtig verstehe, halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft. Dann ist es wahr. Sie haben dauernd gesagt, dass der, der über Halo herrscht, das Schicksal des Universums in den Händen hat. Jetzt verstehe ich. Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht. Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte. Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo. Das sind schlechte Nachrichten. Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihrer Kraft dringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen. Was war das am Ende? Wäre nochmal nach Luft geschnappt. Das war richtig gut aus. Das war gut. Aber Ewan hat einmal Luft geschnappt, so. Käpt'n Asynchron, der ist der Beste. Wir sollten zurück zum Hangar und ein Ewan anfordern. Ein E-Book? Ein E-Book. Boah, unsichtbarer. Was ist der Beste? Eine Stunde. Vorsichtig! Medikillz! Gibt ihr noch irgendwelche coolen Sachen? Weiß ich nicht. Ich habe mir oben nichts angeschaut. War nichts mehr drin. Ich war mit den Gegnern beschäftigt. Ja, und ich hab dich machen lassen. Wie viele Granaten dahin fliegen, Alter. Boah, und wie viele Granaten geladen. Ja, ist auch verrückt. Und wie er aussieht. Hm, für der Captain Asynchro? Ja, Captain Asynchro. Wir sind den selben Weg jetzt zurück. Wo? Links, Gegner? Ja. Der geht doch nur da lang und ich wirf daneben. Links noch mehr? Ja. Er hat's dir wieder angelegt. Ja, ich weiß, deswegen bin ich ja weggelaufen. Ich glaub's nicht. Ja, ich glaub's auch nicht. Wo sind denn hier zwei Sachen? Da vorne liegen die, ne? Ja. Ja, wie man weiß aber auch nicht, wo man lang muss. Oder muss man den Gegnern folgen? Ich hab keine Ahnung. Also grundsätzlich würde ich ja sagen, okay, Gegner folgen ist gut. Ja. Ja. Aber hier sind schon Tore Gegner. Hier geht's wieder runter. Vielleicht hängst du die Mission... Ah, gut. Wollte grad sagen, vielleicht hängen wir in der Mission ja doch nochmal drei Stunden. Ja, ich hoffe nicht. Das überlebt Captain Asim Kron doch gar nicht. Oh. 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 Oh, einer mit Schwer. Er ist allerdings auch tot. Die haben voll nix ausgehalten. Das wird ihnen eine Leere sein. Das da unten sind meine Granaten? Wollts nur gesagt haben. Die sind von da hinten irgendwo gekommen. Dann müssen wir doch hier auch, wo die hergekommen sind. Irgendwie weiter. Ist dies hier ein Fahrstuhl? Oh. Der hält ja wirklich nichts aus. Echo 419. Wir haben den Captain und müssen sofort hier raus. Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, sie suchen die Selbstzeitschrift, das sie mitnimmt. Tut mir leid. Verstanden, Fauxhammer. Cortana enden. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann. Wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert. Brauchst du noch Plasmaranaten? Hier liegen noch zwei. Ne, hab ich vier. Wahrscheinlich, sonst hätte ich sie ja schon längst. Ah, gut. Ja, er kann uns mit Allianzschicken rauskriegen. Hier ist grün. Da ist Aro. Hier müssen wir lang. Ja. Ne, da wo du bist? Ich glaub schon, sieht gut aus. Wir müssen aber auch ab und zu nochmal wieder nach hinten gucken, glaub ich, oder? Oh. Eigentlich sollten wir ja... Oh. Ja, die sind mit hergespawnt worden. Ah, da vorne muss das Schiff da ja schon sein, oder? Ja, das hier oben angebracht. Ja, ah, hier. Schiffschalter runterlösen. Hä? Haben wir es jetzt? Ja. Ehrlich? Sieben Minuten? Das ist alles. Wir haben noch einen Moment verbindend zur Schiffsteuerung herzustellen. Ach was. Nicht nötig. Diesen Vogel flieg ich selbst. Ach was. Nicht nötig. Ja, da ist Dicke. Oh. Ja, er fliegt genauso wie er spricht. Ja. Ja, festhalten. Bam. Wieso? Ja, also hat er die getötet wahrscheinlich, ne? Ah, sah aber nicht geplant aus. Festhalten. Und nochmal 10 Minuten nachsprechen. Guck, da ist schon mal ein zweiter Erfolg, den ich krieg, ne? Oh. Ich würd's sehr lustig finden, wenn man jetzt in der Videosequenz instant sterben würde. Ja, was machen wir jetzt hier? Achso, natürlich Pause drücken, ne? So wie letztes Mal auch. Das ist jetzt ne neue Mission? Also wird der Part einfach nur 10 Minuten. Ja, wir können ja auch noch die Leute unterhalten und einfach reden. Nein, ich glaub wir hauen die Videos dann einfach zusammen raus. Also das dann ist halt blöd. Man kann es halt nicht timen. Und man kann halt auch nicht die Mission unterbrechen und sagen, wir spielen ja morgen weiter. Votet einfach ab, sollen wir weiterspielen oder nicht? Nein, wir machen ja aus. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Mission. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.